Yo Freunde, was geht? Yo man ey, ich bin immer noch heiser. Ihr wisst, ich schreie immer noch zu viel. Ich hoffe, von auf hier, wo ist es weg? Auf jeden Fall fahre ich heute nach Belgien mit Eike, Wenke und Witti zum Rampage. Größtes Dubstep & Drum & Bass Festival der Welt. Exition ist am Start. Heute Abend und mega Bock, aber natürlich vorher noch ein bisschen pumpen. Und fahre jetzt eben zur Subway. Mal ein Prid-Meer machen. Fischbar bei diesem Video. Peace aus. So, das Komische ist immer wegen meiner Stimme. Wir haben es jetzt füllen nach elf. Ich habe heute zwei Videos geschnitten und noch nichts gegessen. Deswegen fahre ich jetzt zur Subway, hole mir, keine Ahnung, zwei Kilogramm Chicken Breast von denen pur. Und fahre jetzt zu meiner Schwester, die mir Reis vorgekocht hat und mixt es mir zusammen mit meinen Chicken Breast. Für heute und für morgen. Ja, Mann. Weil wenn ich wieder esse, habe ich wieder eine normale Stimme. Mein Körper ist so crazy, Mann. So, ich hätte jetzt gerne 32 Chicken Breast. Ja, Mann. Und noch ein Chicken Freak mit zwei Chicken Breast. Nice. Guck mal, was ich hier habe. Chicken Breast. Genau 32 Stück. In einer Tüte. Noch verpackt und eingefroren. Erstmal gleich aufwärmen. So, Bread Meal am Start. Fleisch brät. Fleisch wird hier weicher. Reis ist am Start. So, 100 Gramm Gummibärchen. 24 Gramm dies, das. Und Trunks ist am Geiern. Junge, 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 Junge. So, den Booster haben wir auf der Fibo. Auch in anderen Geschmäckern natürlich. In Kirche, in Pfirsich, Zitrone, Eistee. Ne, Zitrone, Eistee jetzt auch im Handel. Und in der Beschreibung, wenn ich es reinpacken, könnt ihr euch besorgen, denn dies das PAN Booster. So, ich muss jetzt beeilen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Tränen werde ich nicht abfilmen. Ich werde danach noch ein kleines Posing abfilmen, wie man Pump aussieht. Und dann geht es auch schon los nach Belgien. Und dann kommen wir viel Zeit. Das ist mein Psych. So, ihr hört schon, meine Stimme ist besser geworden, weil ich wieder was gegessen habe. Gegessen habe ich heute erst die 100 Gramm Gummibärchen. Das war's und meine Stimme ist direkt besser. Voll komisch, aber es ist halt so. Gerade eben wirklich genau 104,5 Kilogramm auf 1,82. Das Gewichtslimit liegt bei 96 Kilogramm und ich denke, bei der FIBO werde ich nochmal richtig abnehmen. Bis dahin, auf jeden Fall. Und auch nochmal so 2% Körper verlieren. Dann müssen wir noch Wasser raus haben, dann bin ich ready for the stage. Auf jeden Fall habe ich das Paket bekommen und zwar von, genau, Smilodogs. Boom. Boom. Oh, meine Lieblings-Tank-Tops. Lol, 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 lol. Oh, yeah. Freue mich schon. Das ist ein neuer Anzug, den wir jetzt auf der FIBO geben. Mega nice. Sieht echt gut aus. Und noch ein Anzug. Mega nice. Echt ohne Scheiß. Wird immer besser und immer besser. Ab der FIBO, ab dem ersten FIBO-Tag wird es auch im Internet zu geben. Und hört natürlich mit meinem Code RICO10 sparen. Mega nice. Und ein weiteres Teil. Das trage ich alles in 2XL. Hosen 2XL. Die Hoodies-Oberkörper hier 2XL. Tank-Top-Springer in XL, auch 2XL. Die Slim-Fit-Shirts trage ich in XL. Und allgemein die Shirts alle XL, aber die Jacken alle, Zipper-Hoodies alle 2XL. So, Pratt-Mill, fertig, Tasche geparkt, Abfahrt. So, jetzt angekommen im Hotelzimmer. Mal gucken, wie es hier ist. Nice, wir können baden gehen, bitte. Unser Bett, unser TV, unser Bild, unser Spiegel, mein Essen, sein Essen. Genial, Bro. Genial, Bro. Genial, Bro. He's ready for some heavy-faced shit right now? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.